Willkommen zum Podcast Nr. 152 bei Kassenzone.de. Heute mit Christian Kelm auf Wunsch aus dem Kassenzone WhatsApp Kanal. Christian ist einer der meist zitierten und beliebtesten Experten zum Thema Amazon SEO. Der hat sein Handwerk bei Faktor A gelernt. Faktor A ist die führende E-Commerce Agentur zum Thema Amazon SEO in Deutschland, vielleicht sogar in Europa. Da stellen auf der DMEXCO aus und alles, was wir besprechen gleich im Podcast mit Christian, könnt ihr auch das Team von Faktor A fragen. Dafür einmal auf faktor-a.de slash DMEXCO gehen. Da könnt ihr euch über die ganzen Services informieren. Die haben auch ein paar interessante Tools, mit denen man sehr, sehr gut tracken kann, was bei Amazon passiert und mit dem man sein Werbebudget optimieren kann. Bevor ihr da aber reinschaut, hört euch erstmal an, was Christian zu sagen hat und was so die Realitäten heute sind im Bereich Amazon SEO. Viel Spaß. Willkommen zum Podcast Nr. 152. Heute wieder mal zum Thema Amazon, Amazon SEO. Was können Vendoren und Seller machen mit dem berühmten Otto Kelm? Sag doch mal, wer du bist und was du machst. Ja, voller Name Christian Otto Kelm. Ich bin jetzt knapp vier Jahre in und um Amazon aktiv und habe erst ein Vendor zwei Jahre betreut und bin dann zur aktuell größten und besten Vendor Agentur Faktor A gewechselt. War dort knapp über ein Jahr und hatte dann nochmal quasi das letzte offene Puzzleteil gelöst und habe fast ein halbes Jahr bei einem Seller gearbeitet und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, jetzt genau vor zwei Monaten und bin in eine Schnittstelle reingegangen. Als Einzelunternehmer kann man natürlich nicht die Masse abbilden von skalierbarer Produktoptimierung, aber man kann natürlich die Wissensweitergabe deutlich forcieren und so habe ich es mir jetzt ein bisschen als Steckenpferd gemacht, für Vendoren aber auch Seller Workshops anzubieten. Einerseits zur reinen Mitarbeiterweiterbildung, andererseits zur Wissensvermittlung für die gesamte Grundlage, um den Marktplatz Amazon. Du bist ja aus dem WhatsApp-Kanal von Kassenzone heraus empfohlen worden. Alex macht da mal ein Interview mit Christian, mit dem Cam, der hilft immer in diesen ganzen Gruppen bei Facebook, da gibt es ja so ein paar Gruppen und dir muss man auch sagen, du tritt unter dem richtigen Namen, deinem richtigen Namen auch auf und hilft dort Leuten, die ins Amazon-Geschäft einsteigen, extrem geduldig, aber auch Fortgeschrittenen, die sich dort weiterentwickeln. Heute machen wir eigentlich ein Update zu dem Interview, was ich bereits geführt habe mit Jörg Kunrath von Kawai und mit Marc Aufzug letztes Jahr auf der Denexco, um mal zu hören, was hat sich eigentlich im letzten halben Jahr getan im Bereich Amazon. Ist das wirklich so hart, wie Markus Fosters beschrieben hat in einer letzten Folge zum Thema Vendoren-Strategie und was sind da eigentlich momentan so die Hebel und Möglichkeiten, das Ganze dort aufzubauen. Wenn dich jetzt über die Facebook-Gruppe oder über andere Kanäle so ein klassischer Vendor anruft, was findest du nun bei dem in der Regel vor? Nun, in den Bereichen ist es natürlich immer schon relativ speziell, da dort natürlich das Geflecht in der Zusammenarbeit mit Amazon doch ein bisschen mehr ausgeprägt ist als jetzt im Bereich eines Sellers, der gegebenenfalls erst anfängt oder in einem anderen Prozess- und Optimierungsbereich feststeckt. Bei den Vendoren ist es meistens tatsächlich so, gerade in den Anfangskontaktphasen, dass man erst mal feststellen muss, wo will er hin und wo ist er gerade und wie viel Know-how im eigenen Bereich sind denn da, gerade was Teamstärke angeht, aber auch die reine Wissensstärke. Aktuell ist es tatsächlich so, die Schwerpunkte sind in den Bereichen der Jahresgespräche und in den Bereichen von Amazon Marketing Services. Das hat natürlich zwei Gründe. Einerseits haben die Vendoren das Problem, dass Amazon die Konditionen deutlich anzieht, da nochmal deutlich mehr in den, nennen wir es ruhig, Machtkampf reingeht und auf der anderen Seite haben wir seit über einem Jahr jetzt die Möglichkeit durch die Seller AMS zu nutzen über Vendor Express und aus den USA weiß man es ja schon, die haben jetzt auch vollen Zugang zu den Headline Search Ads. Das heißt, der Wettbewerb dort nimmt massiv zu und was ich immer wieder erlebe, Amazon selbst forciert die Marketingmaßnahmen deutlich mehr. Das heißt, die Budget-Shifts werden immer größer hinsichtlich nicht nur AMG, Amazon Media Group, sondern halt auch dem AMS und da das ja aber ein Eigenmanagement ist und nur in einem geringen Teil tatsächlich auch durch Amazon gemanagt wird, stellen sich dort relativ schnell operative Probleme auf. Man kann sich das vorstellen, es ist ein anderes Konzept, ein anderer Marktplatz und die Werbung performt am Ende des Tages nur so gut, wie der Content, der vorliegt und dadurch kommt es bei den Vendoren natürlich aktuell zu einem sehr großen, ja zu einem sehr großen Wissensloch. Okay, davon lassen wir uns nochmal ganz eins nochmal abarbeiten. Du sagst, die Konditionenverhandlungen seitens Amazon ziehen an. Der Markus Forst hatte das im Interview beschrieben. Man versucht ja als Vendor so lange wie möglich das Gespräch mit Amazon zu vermeiden, weil da geht es am Ende des Tages immer um Konditionen. Wie ist das irgendwie qualifizierbar, diese Art der Machtverschiebung? Also kann man das in Prozenten ausdrücken? Kann man sagen, dass jedes Gespräch irgendwie an die Grenze geführt wird, bis dahin, dass der Vendor irgendwie da eher gewillt ist, auszusteigen? Also es ist tatsächlich so, dass Amazon immer noch so eine Marktposition genießt, in der wenig Gegenfragen gestellt werden und wenig Forderungen. Das heißt, es steht und fällt schon mal damit mit dem Verständnis, wenn ich so ein Angebot oder ein Jahresangebot vorgelegt bekomme, ob ich die Vielfalt der ganzen Prozente, die dort stehen und Staffelungen und ähnlichen, ob ich die überhaupt wahrnehme, wie schlimm das in Summe ist. Ja, wenn man dann mit deutlich über 20, 30 Prozent Gebühren am Ende des Tages rausgeht und diese nicht nach einem Marktpreis Strategiefindung irgendwo mit abbilden kann, ja, dann gibt man ja direkt schon mal 30 Prozent des reinen EKs weg. Und dann vergessen halt viele Vendoren, dass sie einfach wirklich die Verträge mal in Ruhe lesen sollten, auch die längeren, die älteren Verträge angucken, wie so die Entwicklung ist von Jahr zu Jahr. Und bei dem Verhandlungshebeln ist aktuell das Problem, dass die meisten aus ihrem Bereich der Sortimentshygiene, Sortimentsbereinigung nicht rauskommen, weil sie die operativen Prozesse nicht sauber abbilden können hinsichtlich Content-Optimierung und ähnlichen. Und somit natürlich am Ende des Tages immer wieder auf dieselben Ideen von Amazon wieder getrieben werden. Machen Sie doch einfach mehr Werbung, wird sich schon besser verkaufen. Wir können Ihnen ungefähr ausrechnen, welche Kurven Sie erreichen werden im Wachstum. Wenn man dann jedoch die Gegenfrage bei dem Vendor einfach stellt, ist das denn realistisch? Könnt ihr überhaupt so viel wachsen? 50 Prozent bis 2020, ist das realistisch für euch? Könnt ihr so viel Waren überhaupt zur Verfügung stellen? Dann kommt man doch schnell an den Punkt, dass die reine Gebührenforderung von Amazon weniger das Problem ist, sondern das Verständnis bei dem, der den Vertrag dann auch unterschreiben muss bei dem Vendor selbst. Wie viel Datenverständnis ist denn generell da bei den Vendoren? Mittlerweile kann man ja über verschiedene Tools Amazon relativ gut auswerten. Es gibt immer wieder diese Statistiken, die so rumgeistern. Über 50 Prozent aller Produktanfragen beginnt schon bei Amazon.de. Da kann man sich auch anschauen, nach was wird da eigentlich gesucht, in welchen Kategorien wird gesucht, wer setzt sich da durch? Also eigentlich das, was so Systrix, Searchmetrics in Deutschland aufgebaut haben vor zehn Jahren. Das wiederholt sich jetzt in diesem Amazon-Bereich. Siehst du da schon viel im Einsatz dieser Tools bei den Vendoren? Ja, viele Tools werden eingesetzt, jeglicher Art. Natürlich sind am Ende des Tages die rein spezifischen Tools, die in die operative Unterstützung gehen, fast schon viel wichtiger, weil am Ende des Tages ist es nicht aktuell so wichtig, was verkaufen andere und wie viel, wenn man selbst die eigene Performance nicht hinkriegt. Das heißt, wenn man die eigenen Replenishment-Codes nicht versteht, wenn Produkte auf obsolet gesetzt werden, einfach von Amazon. Das kann passieren, die dann nicht wieder aktiviert werden, wenn Bestellmengen nicht nachoptimiert werden. Ist das dieses Crap-Out, was Markus Vost genannt hatte im letzten Interview? Nein, das weniger. Das kommt dann natürlich noch hinzu, dass die Produkte einfach von Amazon als nicht verkaufsfähig bewertet werden. Dann kann es zu Umstellungen kommen, der Nachbestell-Code-Orders. Aber es ist tatsächlich auch so, dass einfache technische Situationen dazu führen, dass sich die Codes ändern. Aber auch da hat man eine Vielfalt an Grundlagenproblemen, dass vielleicht fünf bis zehn Prozent der Produkte im eigenen Vendor Central gar nicht die eigenen sind, aber in Summe auf den Vendorumsatz mit eingerechnet werden. Man trifft da aktuell tatsächlich so viele Kuriositäten an, dass die reine Tool-Verfügbarkeit zwar sehr gut ist, die auch mit ihren Daten sehr, sehr gut umgehen können, aber auf reiner operativer Ebene es vielen noch nicht möglich ist, die einfachsten Berichte auszuwerten. Die Vendoren haben eine sehr gute Lost Buy Box und Out-of-Stock-Auswertung in ihrem Vendor Central. Für die meisten ist sie nicht zugänglich, weil die Berichtsebene nicht freigeschaltet ist oder sie wissen gar nicht, wo sie sich verstecken. Und selbes gilt auch für eine monatliche Berichtsebene hinsichtlich der reinen Asen-Abverkäufe an den Kunden, die reinen Umsatz- und Absatz-Situationen. Da unterschätzt man einfach noch viel zu viel und lässt eigentlich alle Hebel weg, die durch diese Messbarkeiten entstehen können. Und deswegen sind die Tools zwar sehr gut, im Einsatz auch, aber was damit gemacht wird, ist immer noch ein bisschen mangelhaft. Okay, bevor wir da zu den operativen Ausgestaltungen kommen, auf der Vendoren-Seite können wir nochmal ganz kurz auf die Aussage hingehen von Markus Voss. Der meinte, das Sellerprogramm kann man eigentlich nur machen, wenn man im Direktvertrieb tätig ist und diese Ware auch exklusiv besitzt. Alle anderen Seller werden eigentlich momentan aus dem Markt ausgepreist durch verschiedene Mechanismen untereinander, durch eine Preisspirale. Die Hersteller haben eigentlich kein großes Interesse, die Seller dort zu unterstützen und forcieren das auch durch bestimmte Marktmaßnahmen. Jetzt sagst du, als Seller kann man auch auf Werbeformate zurückgreifen, die bisher den Vendoren exklusiv vorbehalten waren. Also könnte ich jetzt auch, wenn ich WMF-Pfand verkaufe, irgendwelche klassischen Banner einkaufen als Seller, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig, weil warum sollte ein Seller das denn machen? Nun, es ist oft so, dass die reine Performance bei WMF jetzt gerade als Beispiel nicht, aber die reine Grundperformance einiger Vendoren nicht dem Durchschnitt entspricht, um es positiv zu formulieren. Und der Seller, der dann seine clevere Einkaufsstrategie durchführen kann, kann genau diese Produkte bewerben, um sie abzuverkaufen. Ja, also man nutzt im Endeffekt die mangelnde Kompetenz des Vendors aus, kann sich aber auf die Marke listen, braucht kein eigenes Brandbuilding, sondern ist tatsächlich als Reseller aktiv. Und wenn man dort eine clevere Auswahl der Produkte tätigt und sich die Vendoren auch in Ruhe vorher anguckt, wie so die standardmäßigen Produkteinführungsprozesse sind oder die Abverkaufsprozesse, dann kann man durch eigene Werbung, wenn man die Buybox denn hat, sehr gut Abverkäufe erzielen, weil man keinen Wettbewerb auf den Produkten hat. Siehst du denn in den USA, ich weiß nicht mehr genau wie du in den Daten da so weit drin bist, oder in Deutschland, siehst du schon eine Verkürzung des Buybox-Wettbewerbs? Also werden es im Schnitt weniger Anbieter auf einem Produkt, weil das wäre die einzige Kennzahl, die ich von außen irgendwie sehen kann oder auch akzeptieren würde. Wenn da weniger Anbieter jetzt auf der WMF, auf dem WMF-Topf sind oder auf anderen klassischen Produkten, dann heißt das ja, dass der Markt sich da schon so ein bisschen bereinigt. Siehst du das? Wird das getrackt? Also ich habe jetzt beides erlebt, aber nicht in dem positiven Sinne, wie du es gerade formuliert hast. Es ist tatsächlich so, bei einigen Vendoren sinkt die Teilnehmerzahl in der Buybox extrem, weil die Performance, die Werbeperformance, die Content-Performance, die Auffindbarkeit so viel schlechter geworden ist, dass statt 50, 60, 70 Buybox-Teilnehmer nur noch 10 bis 20 da sind, weil sie die Produkte einfach nicht mehr profitabel einkaufen und auf dem Marktplatz weiterverkaufen können. Und andererseits stellt sich diese Buybox-Thematik… Ist das gut für den Vendor oder schlecht für den Vendor? Für den Vendor ist das schon mal ein ganz schlechtes Zeichen, weil das zeigt am Endeffekt, dass die eigenen Vertriebswege nicht mehr als attraktiv gesehen werden, dass die Waren nicht mehr als attraktiv genug betrachtet werden. Denn am Ende des Tages ist es ja ein Herstellerprodukt, was der Reseller dort verkauft. Somit ist der Preis ja, der Verkaufspreis direkt über den Vertriebskanal entstanden und muss nicht noch im Gebühren bereinigt werden. Man kann ja immer sagen, ein Vendor sollte immer jedes Produkt optimieren. Er muss es ja nicht über Amazon verkaufen. Es reicht ja, wenn die ganzen Seller es für ihn verkaufen, weil er dort eine andere Preispolitik fahren kann im Bereich der Einkaufspreise. Die Buybox-Situation hat sich in dem Maßen ganz anders dargestellt. Diejenigen, die Werbung schalten aktiv als Reseller auf bestimmte Markenbereiche, die benutzen so gute Repricer, dass sie in der Lage sind zu garantieren, dass sie dauerhaft in der Buybox sind. Das sind ja dann wirklich Tools, die technisch in der Lage sind, im 1-Cent-Bereich die Buybox nicht zu verlieren, die zeit- tagesgesteuert operieren können und nach einem gewissen Abverkauf einfach sagen können, okay, das reicht mir für heute. Ab jetzt bitte nur noch Preissteigerung. Und für die Seller ist es natürlich interessant, weil sie dann mit jedem Mehrverkauf noch mehr Gewinn machen. Kannst du da, bleiben wir jetzt mal bei dem WMF-Beispiel, kannst du das mal an diesem Beispiel von so einem klassischen, was hat denn verkauft WMF, so Topf-Sets, glaube ich, ne? Also so ein Fünfer-Topf-Set, was, keine Ahnung, UVB-WMF 299 Euro, Marktpreis bei Amazon 199 Euro, das wird jetzt gerade die Buybox gewonnen. Wie funktioniert dann so ein Repricer? Angenommen, ich bin jetzt so ein Reseller, sozusagen kaufe die Produkte für 150 irgendwie ein, netto, das wäre vielleicht noch zu teuer, vielleicht für 100 netto. Ich kaufe es für 100 netto ein, habe dann 119 Euro, könnte ich sie quasi an den Endkunden abgeben für, wenn ich Rohertrag 0 Euro anstrebe. Wie würde ich so einen Repricer denn jetzt einsetzen? Genau, also der kalkuliert sich natürlich noch die Gebühren und alles rein und ich habe aktuell bei diesen sehr guten Repricern tatsächlich die Möglichkeit, gewisse Strategien zu fahren. Also es ist nicht einfach nur, habe ich die Buybox oder nicht, sondern ich kann tatsächlich Strategien eingeben, selbst die Position unter den ersten drei ist eingebbar und und und. Also es sind sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich würde dann dem Tool einfach sagen, ich möchte jetzt die Buybox haben und der kümmert sich dann sozusagen darum. Ich gebe meine Mindestpreise fest, wo ich nicht in die Verlustgrenze rutschen kann und der Repricer sorgt dann dafür, dass er sich über den Zeitraum langsam an die Gebote herantastet, welche noch zu einer Buybox führen. Und am Ende des Tages basiert es natürlich auf Verfügbarkeit, klar, Händler-Performance auf der anderen Seite und dem Preis. Das ist einer der wichtigsten Kriterien. Nichtsdestotrotz ist der Preis nicht alles. Man kann auch mit einem teureren Preis die Buybox behalten. Und solange ich die noch habe, bin ich werbefähig. Dann funktioniert das. Okay, aber wenn jetzt zwei Anbieter des gleiches WMF5er-Top-Sets einen ähnlich guten Repricer einsetzen, dann würde sich doch automatisch dem Null-Margen-Bereich schneller annähern. Ja, das gebe ich ja vor, wie weit ich gehen will, je nach Strategie. Und die Händler-Performance ist natürlich in einem gewissen Umfang wieder sehr speziell. Und schlimmstenfalls gibt es so Beispiele von einer geteilten Buybox. Das kann mal passieren. Aber dadurch, dass das natürlich ein kompetitives Feld ist über den ganzen Tag, sich doch schon einiges ändern kann. Und man ja auch niemals Gefahr läuft, Werbung zu schalten auf ein Produkt, wo man keine Buybox hat, ist das ein schöner Hebel, um da aktuell tatsächlich Geld zu verlieren. Das verstehe ich. Also was ich da noch nicht genau verstehe, angenommen, es gibt jetzt diese beiden super Seller für dieses... Ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel. Das ist, glaube ich, am einfachsten für die Leser und Hörer, das zu verfolgen. Angenommen, es gibt jetzt zwei Seller, die eine gute Seller-Performance auch haben, also in den klassischen, nicht preisgetriebenen Kriterien gut sind. Die setzen diese Tools ein, haben vielleicht aufgrund ihrer Größe ähnliche Einkaufskonditionen. Allein das wird ja dazu führen, dass für andere Seller dieses Produkt nicht mehr attraktiv ist. Sie kriegen es quasi nicht mehr abverkauft über Amazon. Dann müsste sich irgendwann diese Buybox ja verkürzen. Da würde ich als WMF Fenders ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, sozusagen, weil man hat einen höheren Hygienestandard, weil ja die eher die guten Händler, die guten Händler übrig bleiben. Und wenn ich jetzt noch direkt an Amazon verkaufen würde und Amazon auch das Interesse hat, die Buybox zu gewinnen, nutzen sie ja quasi einen internen Repricer, würde ich auch mal einen Cent unter den Händler setzen. Dann würde die Buybox relativ schnell noch deutlich kürzer. Daraus kann ich jetzt nicht ableiten, dass das Produkt unattraktiver geworden ist für den Markt. Genau, das ist richtig. In dem Fall wäre das tatsächlich so. Man muss dann einfach gucken, wie entwickelt sich das Gesamtportfolio auch im Vertrieb. Man muss dann einfach sehen, wenn sich tatsächlich nur noch zwei Seller dafür interessieren, dieses Produkt dann noch einzukaufen bei WMF und dieses über den Marktplatz anzubieten, dann zeigt das ja schon, dass die Preisstrategie am Ende nur am unteren Limit angekommen ist. Wo es dann aber auch schnell dazu führen kann und wird, je nachdem, wie die Vendorenkonditionen sind. Solche Fälle kenne ich auch, dass gegebenenfalls die EK-Werte der Seller niedriger sind unter dem EK, den WMF von Amazon bekommt. Und wenn ich dann gewisse schlechte Verhandlungspositionen gegenüber Amazon hatte, kann es am Ende des Tages sein, dass Amazon es als so aggressiv bewertet, dass sie trotzdem unter dem EK das Produkt anbieten, um weiter die Buybox zu haben, um das Produkt am Marktplatz selbst anbieten zu können. Dass der Vendor am Ende des Tages sogar die Differenz bezahlen muss an Amazon. Also da haben wir natürlich einen Preiskonflikt, der nicht mehr für eine Performance eines Produktes spricht oder über eine Qualität eine Aussage treffen lässt, sondern das sind ja dann eher so aus meiner Sicht ruinöse Bereiche. Denn am Ende des Tages zeigt es ja nur, gerade jetzt in so einem Beispiel mit Kochtopf-Sets, dass die breite Vertriebssituation in den ganzen Shops, wo man sie einkaufen kann, früher Fachhändler, heute gegebenenfalls jeder andere Laden, der irgendwie eine Online-Anbindung genießt, seine Produkte nicht mehr weiterhin über den Marktplatz loswerden kann, deswegen am Ende des Tages weniger einkaufen wird bei WMF. Das heißt, am Ende reduziert sich der Preis auf dem Marktplatz, es wird weniger Abverkauf stattfinden in den Bereichen des Wettkampfs und es wird sich ein neuer Endkundenpreis finden. Das ist ja dann eher das interessante Thema, dass es nicht profitabel ist für die Anbieter, aber für den Kunden an solchen. Weiß nicht, ich würde da nicht hundert Prozent mitgeben. Es gehen quasi die Leute raus, die vielleicht noch so ein kleines Mamm-und-Papp-Haushaltswarengeschäft haben und ihre Ware dann nicht mehr über den Marktplatz loswerden können, aber wahrscheinlich das Geschäft selber auch schon ziemlich unter Druck. Also es kommt zumindest darauf an, was man am Markt glaubt oder welche Sicht man hat. So die Kassenzonen-Perspektive, da würde ich halt sagen, das ist eine vorgezogene Marktbereinigung, die ist unumgänglich nach vorne raus. Deswegen wäre es ja umso interessanter mal, da werde ich mir im Nachgang noch mal ein paar Beispiele angucken, wo das schon ist, wo das schon der Fall ist und mir aus Hersteller-Perspektive noch mal bestätigen lassen, ob das wirklich schlecht oder gut ist für die komplette Distributionsstrategie. Ich glaube, eine Buybox, wo so 60, 70 Anbieter drin sind, macht eigentlich für keinen Sinn, weder für die Seller noch für Amazon, noch für den Anbieter. Aber jetzt, das, was du beschreibst, kannst du da ein bisschen was zu sagen, wie viel Aufwand muss dann eigentlich so ein Seller betreiben, der so einen großen Account hat, also der vielleicht so ein paar Millionen schon im Jahr über Amazon drüber verwaltet? Also was steht denn da personell eigentlich dahinter, um einen Repricer ordentlich einzustellen, um die Einkaufsverhandlung ordentlich zu führen? Als Seller hat er ja nicht so viel zu tun mit dem Thema Produktdaten. Das holt er sich ja direkt über Amazon oder vom Vendor. Aber was steckt denn eigentlich dahinter, um das zu können? Ja, das wäre ja dann das Beispiel des einfachen Resellers. Ich bin da immer sehr gemein und formuliere es eher so, er hat nichts anderes zu tun, als die Warenbestandspflege und den Preis zu pflegen. Das heißt, er ist ja ein klassisches Einkaufs-, Wiederverkaufsgeschäft. Das funktioniert in den Beispielen, die man so immer mal wieder hört, sehr, sehr gut mit wenig Personal, da ein Großteil der ganzen Bereiche einfach outgesourced werden kann. Der Haken an der Sache ist, wenn man das als nicht mit stationärem Geschäft gekoppelter Online-Verkäufer abbilden will, sondern wirklich als reines Online-Business, Resell-Business, dann hat man das Problem, dass man nicht mehr heutzutage jedes Produkt zu den gleichen Konditionen überall am Markt bekommt. Viele Marken wollen schon, dass sich derjenige, der die Produkte verkauft, vorstellt, erklärt, was hat er vor, was ist so sein Ziel. Und man kann ja dann schlecht sagen, ja, ich habe vor, ihre Preisstrategie auf Amazon zu unterbieten und sie selbst vom Marktplatz zu nehmen und nur noch ihre Produkte über meinen Kanal zu verkaufen. Und da muss man einfach gucken. Diese aggressiven Strategien funktionieren aktuell sehr, sehr gut, aber sind natürlich eher weniger die grundlegende Strategie. Okay, das sind im Grunde genommen Strategien, die schon eine funktionierende Seller-Vendor-Beziehung haben, weil sie irgendwie Produkte irgendwo herbekommen, die können damit ihren Bestand optimal managen. Aber die Leute, mit denen du auch chattest in den Facebook-Gruppen, das wären ja nicht diejenigen sein, die bei einem WMF oder bei einem Fistler oder bei meinem Adidas jetzt noch irgendeinen Bestand bekommen, weil die haben da gar keine, wenn sie sagen, sie haben noch nicht mal einen Online-Shop, sondern Marktplätze verkaufen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das im Vertriebsbereich bei den klassischen Herstellern auf offene Ohren stößt. Das sind ja dann diejenigen, die anfangen, übers Ausland zu importieren, sozusagen oder Eigenmarken zu entwickeln. Da gibt es ja auch hanebüchende Geschichten in dem Bereich. Was beobachtest du da? Geht das eigentlich ganz gut? Also gibt es quasi diese Story von, ich importiere mir einen Container oder einen halben Container Ware und optimiere das dann für Amazon. Gibt es da viele Erfolgsgeschichten und es ist ein bisschen wie Lottospielen und es gibt nur wenige Gewinner und viele Verlierer. Ja, also es wird ja immer gerne die letzten Jahre darüber gesprochen, diese Goldgräber-Stimmung und wer verdient am Ende nur, die die Schaufeln und die Äxte anbieten, vielleicht noch die Eimer und die den Wasserzufluss zum Reinigen des geschürften Materials irgendwie zur Verfügung stellen. Man merkt, wie sehr Online-Kurse und frühzeitige Erfolgsgeschichten dazu führen, dass alles über einen Kamm geschoren wird, dass alle in dem Knoblauchpressendenken irgendwie festgesteckt sind und eine einfache Anpassung eines Produktes mit einem eigenen Nebel oder ähnlichen so ein, zwei Jahre lang gut funktioniert hat. Woher kommt das Beispiel mit der Knoblauchpresse? Das kann ich gar nicht sagen. Es ist immer dieses, ich bin da reingekommen, reingefallen sozusagen in Anführungsstrichen und es hieß überall die Knoblauchpresse. Also einer muss mal sehr, sehr erfolgreich gewesen sein mit Knoblauchpressen auf Amazon. Notier mir das mal, ich gucke mir das mal an, was da in dem Bereich noch geht. Ja, soll wohl viel gehen. Nein, man muss einfach sehen, aus dem Bereich gewachsen ist ja die ganze Private-Label-Szene, was sehr, sehr gut funktioniert hat in den Detailbereichen, in den Einzelbeispielen. Und da kommt man zu so einem Grundproblem, es sind Einzelbeispiele. Die sind nicht generalisiert auf alles anwendbar. Und da suchen sich sehr viele Leute relativ schnell mit wenig Geld die falschen Vorbildgeschichten, versuchen die zu reproduzieren und sind im eigenen Kategorie und Produktportfolio teilweise völlig falsch ausgerichtet und scheitern. Und ich muss sagen, aktuell merke ich es halt durch den gestiegenen Kontakt in den Facebook-Gruppen hat man sehr, sehr gute Kontakte, auch sehr erfolgreiche, aber sehr, sehr oft auch die Grundproblematiken, dass Logistik vielleicht noch funktioniert, steuerrechtliche Anbindung auch noch funktioniert. Aber man dann so, wenn das Produkt da ist, irgendwie sich mit dem Bereich Amazon vergisst, detailliert genug auszusetzen, auseinanderzusetzen, ein Produkt launcht mit teilweise sehr harten Mitteln wie Bewertungen einkaufen, sich irgendwelche Coupons holt. Hauptsache man erzeugt Bewertungen und gibt viele Produkte weg. Aber Sales am Ende des Tages werden nicht erzeugt. Das Ganze wird dann noch unterstützt mit mehr Werbung. Und genauso wie es bei der Digitalisierung gilt, ist es bei Produkten nicht anders. Ein schlechtes Produkt verkauft sich nicht durch Werbung besser. Und da trifft man dann doch schon sehr oft eher die harten Beispiele und nicht die Unicorns oder überhaupt wenigstens die, die dann lange oben bleiben. Aber was machen die Leute nach diesen Workshops, wo es ja darum geht, erfolgreich bei Amazon zu verkaufen? Also funktionieren diese Strategien, holen ein Produkt, machen ein sehr gutes Amazon-SEO, also guter Titel, gute Produktbeschreibung, gute Bilder. Ist das wirklich so aussichtslos? Also müsstest du nicht, wenn du einer dieser gefragten Experten bist und da andere Unternehmen berätst, müsste es für dich nicht einfach sein, Ware zu importieren und die dann für Amazon so zu optimieren, dass man da auf jeden Fall einen ordentlichen Röhrtrag erzielt? Ja, das würde man im ersten Moment annehmen. Ich sage mal, ich mache das gerade mit einem Kundenbeispiel zusammen. Das funktioniert in Perfektion. Aber was wir selber auch gerade nehmen. Das ist aber nicht die Knoblauchpresse. Nein. Was wir gerade merken, ist, dass doch auch sehr viel Glück und Zufall einfach dahinter steckt. Vieles hat man einfach selber nicht im Griff. Egal, ob das weltweite Patente sind oder spezifische Werbemaßnahmen, die man nicht selbst kontrolliert, sondern die aus rein sozialen Medien gestreut werden, in die Produktart hinein, nicht aufs Produkt selbst. Und was ich selber ja mache, ist, ich verspreche ja wenig und das Einzige, was ich verspreche und was ich auch halten kann, ist tatsächlich, dass ich dafür sorge, dass ein Produkt auffindbar sein wird, eine erhöhte Auffindbarkeit hat. Das heißt, man präsentiert es einfach nur mehr Menschen im kürzeren Zeitraum. Denn ob die dann klicken, kaufen und ähnliches, liegt an viel, viel mehr Faktoren. Das reine Farbverständnis von Produkten, die bildliche Wahrnehmung, der Preis zum Zeitpunkt. Und deswegen ist es tatsächlich schwer, sowas dann sehr groß zu machen. Und aus meiner Sicht natürlich für mich persönlich, ich bin nun mal sehr im operativen Prozess drin, aber aus steuerrechtlicher, logistischer Sicht und all diesen Bereichen halte ich mich ja nicht ohne Grund raus. Sondern wenn man von etwas keine Ahnung hat, dann sollte man das da auch nicht unbedingt versuchen. Und dann kommt man in den Bereich, welche Aufgaben source ich aus, wen beauftrage ich mit was. Und dann ist man in so vielen Prozessen drin, dass man mit dem normalen Unternehmergedanken schon so tief im reinen Unternehmertum ist. Das ist überhaupt gar nicht das Ziel. Okay, und dann vielleicht mal ein ganz kurzer Ausblick auf neue AMS-Möglichkeiten, die ja dann in den USA schon in Thailand zur Verfügung stehen. Gibt es da nicht auch mal wieder so neue kleine Sachen, wo man so merkt, guck mal hier in dem Bereich Knoblauchpresse, Kochtöpfe, dieses Werbeformat, das nutzt gar keiner. Da kann ich so für einen, da zahle ich für einen Klick noch einen Cent. Ja, da kriege ich jetzt hier richtig Ware drüber geschoben und drehe die dann einmal ums Eck. Gibt es da nicht viel Neues oder ist das schon so ein großer, transparenter Bereich, dass da eigentlich jede Arbitrage-Möglichkeit innerhalb kürzester Zeit aus dem Markt verschwindet? Ja, ist ja tatsächlich zweifach zu beurteilen. Einerseits gibt es nur noch ganz wenige Bereiche, die tatsächlich ohne Werbung laufen. Aufgrund der Tatsache, dass die ganz großen Vendoren natürlich in den letzten ein, zwei Jahren tatsächlich Geschwindigkeit aufgenommen haben. Der Vorteil ist, ich brauche dafür kein spezielles Team, kein spezielles Marktplatzwissen, sondern die eigentlichen Werbeagenturen, die aus den Klickpreis-Systematiken kommen, sind natürlich schon in der Lage gewesen, sich das Wissen anzueignen und das für die sehr Großen anzubieten. Das heißt, der Wettbewerb ist grundsätzlich gestiegen in fast allen Bereichen und wenn natürlich fast ein, zwei Jahre lang sehr viel gepredigt wird, der Longtail-Bereich ist der, wo man sehr viel Geld verdienen kann, dann wird sich relativ schnell zeigen, dass natürlich alle mehr, Entschuldigung, dass natürlich viel mehr Leute in den Bereich reingehen. Was ich immer wieder merke ist bei vielen Vendoren, die Marke ist tatsächlich das, was noch funktioniert. Das heißt, ein großer Teil der Performance über AMS kommt nur noch über den Markennamen zustande, dort, wo die guten Werte erzielt werden. Alle anderen Werte sind sehr, sehr spezifisch, Produktnamenspezifisch oder ähnliches. Also nochmal ein Beispiel sozusagen, also WMF funktioniert, das ist wie im Grunde wie Brand Marketing bei SEA, das funktioniert noch gut, bietet quasi gute Kuren, also man kann quasi mit überschaubaren Budgets da noch viel erreichen, aber sowas wie Kochtopf-Set für kleinen Haushalt. Das ist schon extrem schwierig, da zu performen. Ja, wir dürfen ja in dem speziellen Beispiel nicht vergessen, wir haben noch ein Sillit mit da drin hängen, wir haben da ein Fissler mit drin hängen, wir haben da noch die Premium-Bereiche mit Le Croix, mit Tefal, wir haben Amazon selber mit drin stecken und das sind ja nun nicht gerade budgetlimitierte Brands, die sich natürlich dann relativ schnell auch gegenseitig feststellen, gegenseitig hoch bieten, aber aufgrund der hohen Margen, die bei so einem Produkt übrig bleiben, wegen dem hohen VK, dem hohen EK, sehr, sehr harte Wege gehen können. Hat Amazon schon eine Haushaltsmarke? Ja. Da gibt es auch Pfannen und Pfannen. Läuft alles unter Amazon Basics, ja, schon sehr lange. Pfannen und Pfannen, okay, dann muss ich mal nachschauen. Okay, dann stellt sich die zweite Frage, jetzt kommst du zu so einem Vendorin, ja, und du sagst ja selber, du gibst Hilfe zur Selbsthilfe, findest dort einen Account vor, wo es vielleicht schon jemanden gibt, der sich um dieses Amazon-Thema kümmert, der hat vielleicht 2.000, 3.000 Produkte, das ist so eine klassische Größenordnung für so einen Hersteller aus Deutschland, wen musst du denn einstellen, welche Kompetenzen musst du denn überhaupt noch aufbauen? Kann man diese Sachen, die aufgebaut werden müssen, überhaupt an allen Standorten in Deutschland aufbauen? Was ist da so deine Erfahrung zurzeit? Ja, also einerseits können wir das an allen Standorten in Deutschland aufbauen. Das ist mittlerweile ja das tatsächlich am meisten unterschätzte Merkmal eines Jobs. Wir sind jetzt im 21. Jahrhundert und die Remote-Arbeit ist einfach etwas, was sich immer mehr durchsetzt. Und wenn ich einen Spezialisten eine Fachkraft haben will, dann muss man das manchmal auch zur Kondition der Fachkraft erledigen. Das heißt, man sollte nicht jetzt jemanden aus Rostock nicht einstellen, nur weil er nicht bereit ist, nach München zu ziehen. Das macht es schon mal deutlich einfacher. Das Kernproblem, was ich die letzten Jahre erlebt habe, ist, dass die Vendoren bei der Ausschreibung von Stellen meistens nicht wissen, wie sie jemanden ansprechen sollen. Man nennt es Online-Marketing-Manager, man nennt es Suchmaschinen-Management, man nennt es Marktplatz-Manager, E-Commerce-Manager, Key-Account-Manager, Marketplaces und, und, und. Und somit wissen natürlich die Fachkräfte selbst gar nicht, wer sie genau sucht und ansprechen möchte. Wie viel, also zu dem Thema, was du gerade nennst, da hat auch der Leonard Paul einen ganz, ganz spannenden Artikel geschrieben mit besonders schlechtem Beispiel für Stellanzeigen, da hat jetzt, welche Firma war das, er hat auch ein Beispiel da rein, Makra, ein dynamisches Unternehmen im Bereich Arbeitsschutz, Hauptschutz, die suchen da inhaltliche Planung, SEO, Newsletter-Marketing, Erstellung von Präsentations-Video-Material, Betreuung der Marktplätze, also die einigen wollen mich da, da sieht man schon so wissen, die sind auch hilflos, das machen ja nicht absichtlich so schlecht, sondern die wissen es einfach nicht besser. Aber wie viele Leute braucht man denn also für so einen, nennen wir mal ein Beispielgröße 100 Millionen Euro Innenumsatz für so einen klassischen Vendor, der für Amazon vielleicht schon ein, zwei Millionen macht, braucht er einen Leute, braucht er zwei, braucht er drei, muss der da Tool-Now-How aufbauen, wie viel Budget muss der denn da legen? Ja, also rein jetzt budgetspezifisch würde ich es gar nicht festlegen, weil Marketingbudgets sind natürlich relativ allumfassend, auch in der Höhe, rein personell ist es meistens doch sehr einfach darzustellen, man benötigt ja eine Person, die sich grundsätzlich mit dem Thema Account-Handling auseinandersetzt, das heißt dieses ganze Fallmanagement, die Kommunikation mit Amazon führt, dann hat man mittlerweile immer den Bereich der reinen Strafzahlung, Widersprüche, Rechnungslegung, die ganzen Buchungsbereiche, dass die auch richtig zugeordnet werden, viele Vendoren vergessen einfach Ende des Jahres alle Rechnungen, die Amazon mal gestellt hat, im Marketing-Bereich zusammenzurechnen und gegenzurechnen, wie viel Geld weggegangen ist, dann sollte man pro Land definitiv einen, wenn man die Content-Pflege selbstständig macht, zwei Landessprachler eigentlich einplanen, einfach schon bei dem Produktportfolio von 2.000 bis 3.000 Produkten geht es ja nicht nur darum, neue Produkte anzulegen, sondern auch die aktiven Produkte marktplatzüblich auf dem neuesten Stand zu halten. Und dann kommt das Thema Kundensupport dazu und viele andere Bereiche. Ich durfte in Würzburg da mal ein System vorstellen, wie man aus den relevanten Bereichen, die man im normalen Unternehmen hat, jeweils genau so viele Teile rausnehmen kann über den normalen Arbeitsprozess, der im Unternehmen eh anzutreffen ist, dass man überall so 5 bis 15 Prozent der eigentlichen Arbeitsleistung einfach rausnimmt, indem man die wichtige Arbeitsleistung für den Marktplatz Amazon schon dann integriert, wenn sie anfällt. Das heißt, so ein Upload-Sheet gibt man auch dem Produktmanager schon mal mit nach China, damit dort schon klargemacht werden kann, ich benötige folgende Informationen. Und man reduziert dann insgesamt den Arbeitsaufwand deutlich. Das heißt, es geht nicht nur darum, neue Personen einzustellen, sondern auch einfach die Prozesse, die man hat, noch mal für den Marktplatz ein bisschen nachzuschärfen. Aber da kommt man in Summe gerne schon deutlich über zehn Leute. Ja, schon nur für Europa. Okay, aber das ist ja schon bei einem Hersteller, der vielleicht im Konsumgüterbereich aktiv ist, 100 Millionen Euro Innenumsatz hat, zehn Leute mehr in der Verwaltung, das ist schon ein Wort. Und du sagst aber, mit neuen Arbeitsmodellen kann man das auch in Kastrop-Rauxel, Wuppertal, irgendwo in der Nähe von Stuttgart, kriegt man das auch irgendwie hin, die Leute einzustellen. Ja, auf jeden Fall. Also einerseits gibt es diese tollen Vermittlungsplattformen mittlerweile, die ja auch Amazon-spezifisch sind. Da geht es nicht mehr nur um Interimsmanager, die vermittelt werden, sondern auch einfach Fachkräfte, die wirklich wissen, was sie tun, sei es im Marketing- oder im Content-Bereich. Und über die internationalen Schienen vergessen ja viele, dass sie eh Außenstellen haben in dem jeweiligen Land, so gut wie immer. Und dort findet man natürlich auch qualifizierte Fachkräfte, die natürlich nicht immer jetzt unbedingt voll angestellt werden müssen. Und findest du da auch Vendoren, die so ein bisschen verbohrt sind, die sagen, das ist alles totaler Quatsch, Amazon sollte sich eher nach uns richten? Ja, natürlich. Das trifft man oftmals. Es gibt natürlich Vendoren ab einer gewissen Größe, die das auch schaffen, die Amazon dazu bringen, dass nicht die AGBs zu unterschrieben sind, sondern dass dann Amazon die AGBs schlicht und ergreifend unterschreiben muss. Aber in vielen Fällen hat man tatsächlich immer noch das Grundproblem, dass die Strukturen und Führungssysteme Amazon noch nicht als relevant wahrnehmen. Aber die Begründung ist meistens sehr stichhaltig. Die bedeutet am Ende des Tages immer, wir machen gar nicht genug Umsatz mit Amazon, als dass das uns wichtig sein könnte. Wenn man insgesamt nur 1, 2, 3, wenn es sogar mal ein bisschen mehr sind, 4 Prozent mit Amazon macht, dann ist das für die meisten einfach gar nicht beachtenswert, weil sie da natürlich auch nicht die Hebel sehen und die langfristige Perspektive sehen, dass das auch relativ schnell mal 10 oder 15 Prozent sein könnten, weil sie den Switch vom Kunden zu Amazon, ich will nicht sagen ignorieren, aber doch fahrlässig nicht genug Beachtung schenken und weiterhin auf ihren stationären Konzepten oder Online-Shops sitzen. Sehr spannend. Und wie lange dauert es, bis so ein Vendor, der gesagt hat, das für sich erkannt hat und gesagt hat, ist für mich wichtig, ich wachse jedes Jahr 20 Prozent, 30 Prozent, 40 Prozent, wo man mal sagen muss, 20 Prozent Wachstum ist ja nur Wachstum mit dem Markt. Das ist ja quasi noch nicht mehr Wachstum in der Kategorie. Das ist eigentlich schlecht. Also 20 Prozent wäre eine schlechte Performance bei Amazon und muss eher so 30, 40, 50 Prozent wachsen. Also deutlich über dem, wie Amazon in der gesamten Kategorie wächst. Dann kann WMS gegenüber Fissler Marktanteile gewinnen. Wie lange dauert das von, ich habe erkannt, dass ich dort stärker sein muss. Ich brauche Leute bis hin zu dem Status, wo man sagt, okay, der könnte es jetzt auch mit KW-Commerce aufnehmen vom Know-how-Set, vom Skillset. Für die, die es nicht wissen, wir hatten ja KW-Commerce auch mal mit hier im Interview mit Jens Wadl, die sehr erfolgreich sind mit ein paar Marken, unter anderem KW-Mobile, im Smartphone-Zubehör im weitesten Sinne, die da ein großes Team in Berlin aufgebaut haben und da technisch sehr, sehr ambitioniert rangehen. Also wie lange dauert es eigentlich, bis man so einen Stand erreicht hat? Nun, man hat ja in gewissem Umfang einen Vorteil bei den Vendoren, die einfach in der Produktdatenpflege oftmals liegen, da sie aus althergebrachten Systematiken kommen. Das heißt, dass dort die Warenpflege und die IT-Systeme zwar gegebenenfalls für den Bereich Digitalisierung nicht genau passen, aber für den Bereich der Produkt- und Datenpflege sehr, sehr, sehr hoch sind. Man muss leider auch sagen, dass man könnte deutlich schneller sein, aber man hat ja zwei Prozesse. Einerseits hat man erst mal die Status-Quo-Feststellung, wie groß ist die Bugwelle, die ich mit mir schleppe und wenn man dann standardsgemäß sagt, ja, man verkauft zwei bis dreitausend verschiedene Artikel auf Amazon und sich dann, wenn du Central mal so ein paar Sachen anguckt und merkt, es sind eigentlich zehntausend, dann ist die Bugwelle doch recht groß, die abzuarbeiten ist. Im zweiten Moment ist es dann die reine Feststellung, dass das, was ein Berater oder externe Fachkräfte dann doch sagen, dass das auch wahrgenommen wird und für eine Umsetzung die Mittel bereitgestellt werden. Und dann ist es natürlich so, du musst einerseits den Mitarbeiter finden, andererseits ausbilden. Die zwei Wege hast du ja und dann spricht man doch schon relativ schnell von alleine drei bis sechs Monaten, bis überhaupt diese Entscheidung zu einer Umsetzung geführt hat, wo wirklich du auch Personal abrufen kannst. Die Cleveren würden natürlich immer sagen, die Bugwelle würden sie erst mal mit einer Agentur aussteuern. Die würden auch eher eine Agentur zur Ausbildung der Mitarbeiter mit reinnehmen, weil das ja das ist clever für das Grundkonzept. Es erhöht massiv die Geschwindigkeit und man kriegt viel, viel mehr Know-How in kürzerer Zeit ran, als wenn man jemanden, der zwar aus dem Bereich kommt, sich aber noch in die Unternehmung reinarbeiten muss, bis der auf dem Level ist, dass der diese Performance alleine abrufen kann. Und man muss natürlich so sehen, wenn man das jetzt auf ein Beispiel wie Kamee-Commerce runterbrechen möchte, man hat einen ganz anderen Vergleichspunkt. Einfach weil ja da auch schon wieder seit 2011 ungefähr sechs Jahre historische Entwicklung drin stecken, die eine Agilität erzeugt haben, die natürlich von den Gründern her immer wieder aktiv gehalten wird und man dann nicht so in diese Phasen kommt, wo es quasi ein bisschen zurückgeht oder sich ein bisschen wieder die Motivation und das Marktbewusstsein schwächt. Und dann kommt man relativ schnell aber auch zu guten Werten und das erlebe ich ja einerseits aus dem Agenturgeschäft, kenne ich es ja, aber auch in der eigenen Schulung, was ich selber in den Workshops mache. Es sind oft so viele Kleinigkeiten, Stellschrauben, diese Quick-Wins, davon gibt es doch aktuell immer noch genug, die dazu führen, dass man doch sehr schnell eine Performance-Steigerung sieht, dass das natürlich nicht sofort diese 50 Prozent oder wenigstens 20 bis 30 Prozent sind, das ist soweit klar. Aber es motiviert einerseits die Mitarbeiter, die beschäftigt sind, aber es zeigt auch den Entscheidern auf, dass ein Mehr an Mitarbeitern gegebenenfalls deutlich mehr bringt. Und man weiß ja, dass so eine AMG-Werbemaßnahmen deutlich hohe sechsstellige Budgets einfach mal wegnimmt, für die man auch gerne ohne Probleme zwei voll ausgebildete Amazon-Fachkräfte bekommen kann. Und wenn man sich die zwei Werte dann einfach mal gegenüber hält, das mache ich immer gerne in den Workshops. AMG, was man so damit sagt? Emson Media Group. Die höheren Banner-Werbungen sind ja doch kostentechnisch sehr intensiv, wenn man sie nicht ordentlich verhandelt. Und dann habe ich relativ schnell sehr, sehr starke Fachkräfte in meinem Unternehmen, die viel, viel mehr erreichen können, weil sie ja länger da sind. Ein Jahr, zwei Jahre, deutlich länger als eine AMG-Maßnahme, die über ein Quartal ausgesteuert wurde. Okay, und wenn du jetzt die Christian-Otto-Kell-Medaille verleihen müsstest für besonders gute Vendoren, das müssen jetzt ja nicht deine Beratungsgründen sein, das können ja auch andere andere sein. Welche Hersteller machen das heute schon gut? Kann auch global sein, muss gar nicht in Deutschland sein. Welche nutzt du in Workshops als Vorbild? Guck mal, hier, die sind jetzt hier nicht nur bei ihren Top-10-Produkten, sondern wirklich mal bei so 60, 70, 80 Prozent ihrer Produkte auf einem guten Stand. Hier wird viel aktualisiert, hier wird auf Rezessionen beantwortet, hier werden irgendwie Updates eingespielt, wo man so merkt, sie nutzen die Tools. Ja, also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits natürlich zwischen dem, was man selber mit aufgebaut und betreut hat. Andererseits zwischen den eigenen Vorstellungen. Rein aus Markensicht ist es tatsächlich so, dass Lego eine Performance etabliert hat. Die ist sehr, 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 sehr gut. Aufgrund der Kinder bin ich da immer regelmäßig dran auf Amazon. Weißt du, wie groß das Team ist, was bei Lego Amazon betreut? Tatsächlich nicht. Aber die Entwicklung der reinen Produktseiten über die letzten vier Jahre, die Marketingstruktur, die da aufgebaut wurde, jetzt im europäischen Bereich und dann natürlich auch über die Kanäle hinweggegangen ist. Das heißt, jetzt nicht nur Amazon, die ist sehr, sehr gut, sehr, sehr performant, was man da sehen kann. Aber es ist natürlich eine Weltmarke, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Ansonsten ist es so, dass die Vendoren, die ich selbst kenne als Beispiel, ohne die jetzt im Detail nennen zu wollen, vorrangig Agenturzusammenarbeiter sind und dadurch natürlich einen höheren Wissensstand und eine deutlich bessere Marktperformance hinbekommen haben. Okay, aber dem steht ja erstmal diese Erkenntnis zuvor. Du hast ja auch in der Vorbereitung für das Interview aufgeschrieben, es läuft nach zwei Regeln. Wer nicht gefunden wird, kann nicht verkaufen. Was man nicht messen kann, kann man nicht steuern. Ich glaube, da steckt man ja schon drin in diesem Amazon-Thema. Es gibt immer noch genug Vendoren, die das glaube ich gar nicht so richtig ernst nehmen, denen noch eine klassische Distributionsstrategie fehlt, die immer noch keine pan-europäischen Vertragswerke haben und das Einzeln über die Länder steuern. Ein gefundenes Fressen für viele Seller, ein gefundenes Fressen für Amazon. Es bleibt weiterhin spannend in diesem Markt. Da wird, glaube ich, noch eine ganze Menge passieren. Wir sind hier schon wieder an der Podcast-Schallgrenze angekommen, das ist in letzter Zeit häufiger. Wir müssen hier schon einen kleinen Cut machen. Vielleicht machen wir nochmal einen zweiten Teil. Wir lassen den Leuten auf jeden Fall die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auch nochmal ganz operative Fragen zu stellen. Wir posten das auch nochmal in der Facebook-Gruppe, damit die Leute auch ein richtiges Gesicht sehen im Video. Danke für deine Zeit. Danke für die sehr offenen Antworten. Herzlich willkommen an Lego für die Christian-Odo-Kell-Medaille. Vielleicht können wir da einen kleinen Pokal auch hinschicken. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke. Wenn euch das gefallen hat, dann schaut vorbei auf faktor-a.de slash dnexco. Da könnt ihr das ganze Gespräch nochmal vertiefen. Ich denke mal, Christian wird auch vor Ort sein. Er arbeitet zwar zurzeit nicht bei Faktor A, aber er ist noch in diesem Umfeld aktiv und steht euch dort sicherlich auch Rede und Antwort.